So, gesagt, getaunt, da bin ich wieder. So, das Level ist schon wesentlich schwieriger. Danke. Au rei. Au rei. Ja. Wow. Also, wäre das so schlimm, weil von hier kommt man sowieso rauf. Von daher. Aber trotzdem. War das gerade keine geplante Aktion. Ja, das hat doch nichts. Ja, in der Map, oder in der nächsten Map, glaube ich, da gibt es unglaublich viele Pusten. Komm her. Geht doch. So, der Knopf jetzt hat die Tür geöffnet. Oh, da habe ich gespeichert. Besser junger. Ich bin getrunken. Wow. Ich hasse, wenn es so dunkel ist. Ja. Da ist ja auch keine Taschenlapur, oder was gibt es, ja? Ja. 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 Und jetzt bin ich hier schon wieder gegenseitig. Ich glaub's nicht. Was ist das denn? Achso, okay. Nee, Bullets. Hä? Nice. Die sind ja... Voll getroffen lassen. Das ist ja ein Traum. Wow! Auf ein Auge, so extrem. Geht's denn gerne mal rum. So, und jetzt kommen wir zu dem wichtigsten Werkzeug der Welt. Scheiß so! Alter! Wieso trifft der mich? Der hat ja wieder gar keine Lizenz. Muss ich mich wieder verarzten? Hä? Hä? Hab ich jetzt hier erst einmal alles mitgenommen? Ja, wahrscheinlich. Das hat sich so an diesen Dingern, dass man diese Rüstungsstücke auch mitnimmt, wenn man sie sowieso nicht aufnehmen kann. Jetzt ist eine... Ja, hier hab ich auch alle mitgenommen. Alter, das gibt's doch gar nicht. Jetzt ist so eine Verschwendung und jetzt, wo ich sie brauche, also gebrauchen könnte. Das ist so dumm einfach. Ja. Hier... Hier... ... ... ... ... Das war's. So, halten wir schon mal ab. Fuck. Hab ich mich noch eiskalt tremmen lassen. Aber wie seht, darum ist auch wieder Rüstung. Also Rüstung gibt es ja echt mehr als genug. So, gehen wir mal zurück. Gehen wir wieder rauf. Wow. So, müssen wir nur noch alle Sequels finden. Ich hab irgendwo noch ein Zeug vergessen. Ey, bin ich aber ein bisschen confused. Äh, oder? Äh, da geht es mal nicht drauf. Ach ja. Da war ja was. Ja, schon. Das war es ja mit dem Level. So, das nächste Level wird dann nochmal wesentlich schwieriger. Ist auch schon wesentlich verzweigter. Und genau deswegen habe ich mir dann auch schon gesagt, gut, das ist wahrscheinlich ein bisschen geiler. Ja. Deswegen auch das Let's Play jetzt so. Gutschen, äh, Quick Save. Ja. Dann Quick Save mal. Gut. Gut, gut, gut. Dann, mal schauen. Und ja, doch, den Blotet auch noch gleich mit auf. Ciao mit Frau.